Die Sendung wird Ihnen präsentiert von newhome.ch, dem kostenlosen Immobilienportal Ihrer Kantonalbank. Liebe Zuschauer, ich begrüsse Sie recht herzlich zur Sondersendung mit der Vorschau auf Swissbau 2018. Swissbau ist die grösste Baufachmesse der Schweiz und eine der grössten in Europa und wird vom 16. bis zum 20. Januar 2018 hier in Basel stattfinden. Swissbau zählt zur grössten Baumesse in Europa und ist alle zwei Jahre der zentrale Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft in der Schweiz. Während den fünf Messetagen treffen in Basel rund 1'100 Ausstellungen auf über 100'000 Besucher. Diese erholten die Gelegenheit, sich eine umfassende Marktübersicht zu schaffen sowie eine Vielzahl neue Dienstleistungen kennenzulernen. Der Dialog zwischen Ausstellern, Verbänden, Institutionen und Besuchern dient einem Wissensausdusche und der Vernetzung. So auch im Swissbau Focus mit den rund 60 Veranstaltungen zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Raumentwicklung, Bauwirtschaft, Energiewende, Architektur und Planung, Bausysteme und Materialien, Innenarchitektur und Design, Nutzung und Unterhalt sowie Gebäudetechnik. Wir sind jetzt hier in der Halle 1 von der Messe Basel. Neben mir steht Herr Rudi Pfander, er ist Messeleiter der Swissbau. Und von ihm haben wir natürlich wissen, was kann der Besucher der Swissbau 2018 erwarten? Ja, grüß Sie, an der Swissbau 2018 erwartet der Besucher wieder ein einzigartiges Angebot. Wir haben rund 130'000 Quadratmeter Fläche verteilt auf vier Themenhallen. Das sind einerseits Planung, dann Rohbaugebäudehülle, Gebäudetechnik bis zum Innenausbau. Rund 1'000 Aussteller erwarten wieder etwa, wie wir schätzen, etwa 100'000 Besucher. Rund 1'000 Aussteller